Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Cobalt Space Program. Wir sind ja seit der letzten Folge auf nunmehr der Rettungsmission von unserem lieben Collagen. Oh, extremer Strahlung ausgesetzt. Okay, wieso denn das jetzt auf einmal? Sonnensturm. Natürlich ist jetzt ein Sonnensturm im Gange, aber das ist natürlich noch besser, dass wir jetzt zur Station unterwegs sind. Wo ist sie denn? Man Station. Hier haben wir nicht im Schatten den Tilten Kermann, der mit Radiation verseucht ist. Er ist natürlich jetzt extremer Strahlung ausgesetzt, weil wir keinen Schutz gebaut haben. Kann mich denn keiner vorwarnen von sowas? So, wir müssen jetzt einmal gucken, in welche Richtung unsere Station fliegt, weil ich weiß nie, in welche Richtung sie fliegt eigentlich. Okay, bedeutet, wir müssen an der Seite vorbeischrammen. Wir waren das hier. Bedeutet, hier vorbeischrammen. Gut. Am besten starten wir eh dann gleich hier das Manöver. Warte, das können wir jetzt noch machen. Das klicken wir jetzt hier auf Manöverpoint hin. Warum kann ich jetzt hier nicht auf der grafischen Oberfläche zum Beispiel auf den Manöverpoint hin? Ach, jetzt würde ich ja... Hier war schon das mal schon mal eine Escape-Version, ne? Schade, das ist gut zu wissen, weil wir würden jetzt hier in dem Fall falsch fliegen. Die Manö-Station ist hier. Versuch mal die Position anzupassen, ey. Das ist ja gar nicht mal so leicht jetzt. Ich würde schon gerne höher vorbeifliegen, Jungs. Da habe ich wahrscheinlich zu viel rumgespielt insgesamt. Und das Ganze ein bisschen kaputt gemacht. Können wir nochmal Reset machen? Geht das hier? Reset einfach, ne? Oh. Schubzeit eine Minute und ich habe gar nicht mehr so weit zum Punkt. Oh, fuck. Das ist uncool, wenn man... Und hier, mal etwa Manöverpoint. Das hat der Verschiebe im Mund auch okay. Hat nicht so gut wie davor. Eso. Weil jetzt werde ich aufknallen. Wenn ich noch ein bisschen mehr Schub geht, dann gehe ich nicht hierhin. No. Unnötig verschwende das Schub. So. Auf Manöverpoint ausrichten. Wir tun es danach anpassen. 700 da verschwenden und das sollte besser gehen, wenn wir da sind. Okay. Vier Minuten haben wir bis zum Schubpunkt. Ähm. Zurück auf unsere Station. So. Hier hervorspulen. Drei Minuten. Sollte perfekte Startpunkte dann auch sein, circa. Ja, perfekt. Wir starten den Trieb. Und fliegen mit dieser kleinen Kapsel weiter. Wie lange kann die eigentlich durchhalten? Schauen wir mal kurz. Die Radiation ist hoch. Ja. Das ist natürlich uncool jetzt gerade. Ähm. Ist sie unendlich. Der Rest hält auch Jahre. Ich habe da wieder für Jahre Vorräte reingepackt, die unnötig sind eigentlich. Eieieiei. Die kleinen Triebwerke sind relativ cool eigentlich. Also das muss man ihnen lassen. Sie haben coole, ähm, kleine Triebwerke hier noch hinzugefügt mit dem einen Mod. Äh. Ich weiß jetzt bloß gerade nicht mehr, welcher es war. Es tut mir leid. Was war das nochmal für ein Button? Also der Countdown-Button. Ist eingefallen. So. Hier sieht man natürlich noch die verschiedensten Sachen, wo wir hinfliegen. fliegen könnten, Mann, Minmus. Mann sagt ja, in einer Stunde wäre er schlau. Okay. Ihnen auch interessant. Eve. Äh. Jewel Dress. Ja. Hm. Ilu wäre in 60 Tagen ein guter Punkt. Aber 2000. Ich traue dem hier nicht. Ganz ehrlich. Dem traue ich einfach nicht. Äh. Wir können eventuell sonst mal in den Window-Planner gehen. Äh. Von Kerben zu Ilu. Startzeit ist heute. Das passt. Plodded. Den brauchen wir. Das Sweet-Spot wäre hier oben mit 4000 MS. Das wäre Arrival. Äh. Departure. Ja, 8. Echt? Was? Ne. Hä? Warte, jetzt müssen wir uns kurz konzentrieren. Bin schon wieder mit anderen Themen beschäftigt, während ich eine Rettungsmission einschleite. Aber ja, das ist äh, typisch. Ich. Lol, wir haben den halben Treibstoff verbraucht. Oh, uncool. Wir können rein theoretisch vielleicht sogar ein bisschen nachtanken, von daher. Sollte das gleich nicht das größte Problem werden. So, jetzt sind wir auf dem Escape-Velocity zum Mann. Funksignale sind stehen zur Station. Wir haben zu den verschiedensten Punkten gerade Kontakt aufgenommen. Hier ist Space-Traveler. Wir sind auf dem Weg zum Mann. Alter, schwarze Kugel. Ich versuche... Das könnte Todesstern. Das ist auch... Jetzt kommt ein kleiner blauer Strich. Fung! Und die kleine Kapsel hier so unterwegs. Da, 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 da. So, äh. Können wir weiter vorspielen, bitte? Oder ist das jetzt hier wieder eine... Nicht mögliche Sache. Rex Camper V1-Sonde. Welche waren das jetzt wieder? Die stehen alle da. Also, viele Sachen sind gerade acht echt, ähm... Alpha Centauri, wo ist denn die V1-Sonde? Hier. Eine Minute noch Akku. Lass mich raten, wegen dem scheiß Sonnensturm. Oh, Gottes Willen. Dieser scheiß Sonnensturm ist echt ein Problem. Wisst ihr das? Weißt du das? Wir machen jetzt alles ganz simpel. Wir spulen hier vor. Wir bremsen einfach mal runter. Ja, kein Strom mehr. Wir können... Was soll ich denn jetzt machen? Zaubern? Es steht cool, wie viele Ecken dann teilweise doch hier noch geschossen wird. So. Ah, wieder aufgeladen. Jetzt ist nicht auch gleich der Sonnensturm vorbei. Nee, ist ja noch nicht. Sonnensturmgegangen verbleiben 23 Minuten. Rax Camper-Sonde ist aber auch nicht hier unterwegs, ne? Doch. Da ist die Rax Camper V1-Sonde. Ah, die war wahrscheinlich so, dass sie keine Sonne mehr bekommen hat. Die wahrscheinlich einfach... Obwohl, kann ich mir nicht vorstellen. Es sollte nie die Möglichkeit sein, dass sie in so einen Spot kommt. Obwohl, das war ein Finsternis vielleicht. Das könnte auch Auslöser gewesen sein in dem Fall. So, auf der dunklen Seite des Mondes schießen wir uns jetzt in eine stabile Lage erst mal. Dann können wir den Rest planen. Ich glaube, ich tanke eh ein bisschen was von der Station ab. Einfach, um den Rückflug gemütlich zu machen und ohne Probleme. Aber wie gesagt, wir haben noch 1000, obwohl das könnte... Ja, aber okay, wir müssen das Docking noch einberechnen in dem Fall, weil normalerweise haben wir es ohne Docking. Das haben wir jetzt in dem Fall doch. So, bedeutet, wir tun dich mal als Ziel setzen. Add Maneuver hier. Und dann müssen wir natürlich erst mal Ringe anpassen. Ringe anpassen, Ringe anpassen. So, zack. Perfekt. Dann müsste es aber überall auch gut fliegen. Ja, perfekt. Gut. Nächstes Ziel. Nächster Plan. Steht schon und ist schon im vollen Gange zum Fliegen. Kostet uns wie viel? 256. Das ist auch noch locker drin. 750 haben wir dann noch zum Hinfliegen. Tank mal auf 1000 auf oder 1500 und dann fliegen wir weiter. Jetzt haben wir eine Direktverbindung. Der Raxkamp ist da oben. Da oben ist noch unsere Mann-Seiten-Mügendheit zur Landung auf Mann. Ja, das war damals eine Station, die wir gebaut haben und die dann kaputt gegangen ist. Enduro-Trümmer-Relays. Ja, die alten Zeiten, wo wir die Mann-Station-Bodenstation bauen wollten. Wo ich immer noch forschen muss, ob das wieder funktioniert. Es ist leider nicht ganz bestimmt, ob das jetzt mittlerweile wieder funktioniert oder nicht. Weil es einfach doch, ja, nicht so einfach ist, wie man es sich vorstellt leider in dem Fall. So, warte mal. Wir lassen uns jetzt ein bisschen vorspulen noch. 15 wäre so mein Zauberwort in dem Fall, oder? Wir machen 20. Anpassen, anpassen, anpassen. So, Standort aller Ressourcen vorhanden. Ja, da war ein großer Plan und der ist leider nicht wirklich aufgegangen. Ja, wir sind wahrscheinlich zwei Kilometer unter planmäßigen Punkt. 0,1. Perfekt. So, und jetzt hat... Okay. Wir haben jetzt ein Relay zu Alpha Centauri V2. Zu... Rax Kampersonde V1. Was dann weiter geht. Zur Man Station. Und von dort aus dann zurück zur Erde zu gehen. Komplizierter kann man die Übertragung nicht machen. Einfach von Alpha Centauri V2 einfach direkt hinsenden oder so. Äh, aber hey, okay. Aber wahrscheinlich, was hier unbemannt aktuell ist. Ähm, ne. Ist doch bemannt, oder? Bin ich jetzt doof? Ähm. So, Add Manöver. Wenn ich jetzt hier reingehe. Jetzt sehen wir hier, wie weit wir auseinander sind für die nächsten paar Runden. Toll. Toll. Da ist der Ballspunkt. Entfernung 2,6 Kilometer. Ich brauche einen guten Sichtpunkt einmal kurz. 2,3. Nein, das ist entfernt. Ähm. Da wollen wir nicht hin. Mal gucken, in welche Richtung was passiert. Ähm. Aber es passt schon eigentlich. Also, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. So, ähm. Der ist in 2 Stunden, der Punkt. Und hat eine Sekunde Schubzeit. Ja. Können wir bitte da kurz das wieder ausschalten? Dankeschön. No. Hm. Hm. Denn das ist jetzt geschafft. Ähm. Entschuldigung. Zwei Robots nach vorne. Entfernung 1,3. Alter, mir hängt das im Hals. Das ist noch geiler. Aber Leute, das war es für diese Folge. Ich habe euch gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Aufmerknot. 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 Bis zum nächsten Mal.